Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen in unserer schönen neuen Welt. Ab heute bleibt nichts wie es war, alles wird auf den Kopf gespäht. Kartoffelbläden. Und Weißbier. Und Fläu. Claudia Roth als Wirtin in Bayern. Non-stop arbeiten und immer rechtsfreundlich. Die Grünen-Chefin wird herausgefordert. Rauschen, welche brauchen wir. Äh, sonst nicht rauchen, nein. Ich hab doch gar nicht elf. Jogo Schatzimakakis von der FDP als Bäckergeselle und Ersatzpapa für vier Kinder. Harte körperliche Arbeit. Nachtschicht. Kaum Schlaf. Ich würde einen Weg finden. Ich würde einen Weg finden. Es ist einfach so. Weil ich würde es nicht machen. Punkt. Karl Lauterbach geht ins Jugendhilfezentrum. Wir testen ihn natürlich aus, wie der so tickt. Sieben Jungs müssen betreut sein. Auspowern als Therapie. Der SPD-Gesundheitsexperte muss selber ran. Ich hab keine Ahnung, wie ich runterkomme. Katja Kipping. Eine Linke als Sandwich-Artistin. Fastfood im Akkord für Niedriglohn. Kaum Mitbestimmung. Ähm, hallo. Zündstoff für die Linke. Ihr habt ja auch kein Betriebsrat hier, ne? Ja. Wolfgang Bosbach. Auf geht's. Im Hamburger Hafen. Der CDU-Fraktionsvize muss Bananenkisten schmeißen und Container von Hand ausladen. Das erste Mal geht das. Abwacht. Man soll den Wagen nicht vor der Garage loben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017